Fossilien sind uralte, versteinerte Überreste von Lebewesen. Es gibt Körperfossilien. Dazu zählen Zähne, Knochen oder Schalen von Tieren. Dann Pflanzenfossilien. Und schließlich Spurenfossilien, wie etwa der Fußabdruck eines Dinos. Aber auch seine, äh, Kacke gehört dazu. Offiziell nennt man die Koprolit oder Kotstein. Die meisten Fossilien entstehen durch Versteinerung. Ein Beispiel. Dieses Urpferd, das bei uns vor 47 Millionen Jahren lebte. Nach seinem Tod ist es in den weichen Schlamm eines Sees gesunken. Weil es dort keinen Sauerstoff und nur sehr wenige Bakterien gab, wurde sein Körper nur sehr langsam zersetzt. Am Ende blieben nur noch Knochen und Zähne übrig. Durch den hohen Druck der vielen Schichten versteinerten sie nach mehreren Millionen Jahren. Einige Fossilien sind auch anders entstanden. Diese Mücken etwa wurden vom Baumharz umhüllt und eingeschlossen. Und diese Mammutknochen wurden im Eis eingefroren. Ganz egal, auf welche Weise sie entstanden sind. Ob durch Versteinerung, Umhüllung oder Einfrieren. Alle Fossilien verraten viel über das Leben in der Vergangenheit. Und Forscherinnen und Forscher werden nicht müde, nach ihnen zu suchen.